hallo und willkommen zurück in world of warcraft wir befassen uns heute mit mode und ich habe etwas für modebewusste gnome und auch große kreaturen mitgebracht nämlich das neue set system von blizzard entertainment in patch 7.2 so jetzt werdet ihr sagen neues system jo es hat was mit dem transmogrifizieren zu tun mit der kleiderkammer von world of warcraft wenn ihr da jetzt hin geht zu einem transmogrifizierer und ihr geht jetzt hier auf sets dann könnt ihr sehen ihr könnt ein ganzes set auswählen und dann direkt übernehmen der unterschied zwischen diesem neuen system und dem alten system ist vorher konntet ihr oder ihr könnt es immer noch später eigene sets erstellen indem wir ganz normal hier irgendwas auswählt und dann speichert oben und sets sind vorgefertigte teile nämlich die tier sets zum beispiel und die season pvp sets das ganze findet ihr dann nachher hier unter sammlung hier habt ihr einmal eure normalen vorlagen die ihr so angesammelt habt und hier sind jetzt alle sets aufgelistet und es ist so dass es hier unten beginnt immer mit den ganz alten also in der geschichte von world of warcraft könnt ihr nach oben gehen bis ihr dann irgendwann hier oben angelangt angelangt seid bei dem aktuell hier nicht aber hier bei dem aktuellsten grab mal von des sagras und ihr könnt schon sehen dass alles was grün leuchtet das bedeutet so viel wie hier habt ihr teile gesammelt hier ist nur eins aber dann leuchtet es auch oder hier ein paar teile mehr und wenn ihr alle teile zusammen habt erst dann wird ein set aktiv werden und dann könnt ihr es auch wirklich benutzen das heißt so ein paar teile reichen nicht aus es muss tatsächlich vollständig sein und wenn es vervollständigt wird dann sieht das ganze so aus das gucken wir uns mal eben an übrigens noch ein kleiner tipp bevor wir uns das ansehen viele dieser gegenstände hier die müssen hergestellt werden zum beispiel hier das gehört nämlich auch mit zu diesen sets so ein gürtel aus dem beruf oder hier ein drop von halffuß würmen brecher nicht alles sind einfach toten oder dinge die man sich einfach irgendwo beim händler kaufen kann wie zum beispiel für die feuerlande da gibt es ja einen händler zum beispiel in sturmwind dafür wo man die ganzen alten sachen sich holen kann ihr müsst für vieles noch mal reingehen in irgendwelche schlachtzüge es sei denn ihr habt schon das glück gehabt oder ihr habt euch schon gesammelt dann natürlich nicht wenn es einmal in eurem vorlagensystem drin ist dann wird es automatisch euren sets hinzugefügt aber es kann sein dass dann wirklich das eine oder andere teil dann auf einmal fehlt weil ihr euch das noch mal herstellen müsst und spieler die damals dabei gewesen sind eben bei diesen älteren raids die haben in der regel das auch gar nicht mehr das hat man dann halt mal weggeschmissen damals da gab es eben noch kein vernünftiges mocksystem also ein kleiderschrank wo man sich das speichern konnte heute ist es ein bisschen anders deshalb achtet darauf in der nächsten zeit zum patch auf jeden fall noch mal dass ihr noch mal ein paar schlachtzüge besucht und euch noch mal ein paar teile holt liebe pvp spieler für euch auch noch mal eben hier noch mal um das zu zeigen hier sind dann eben die ganzen gladiatoren sets und sowas drinnen von ganz anfang bis auch hier wieder zum ende und hier könnt ihr dann eben auswählen kämpfer oder gladiator oh mein gott so aber wir schauen uns jetzt das an wie das aussieht wenn man so ein set vervollständigt ist gar nicht so kompliziert und auch nicht so anspruchsvoll naja schauen wir uns das an im grunde genommen ist es ganz einfach ihr fügt die gegenstände wie bisher auch zu euren vorlagen hinzu und wenn ihr dann das letzte teil davon bekommen habt dann macht einmal ganz kurz plopp da unten drin und er informiert euch darüber dass das hat vollständig ist wie hier gewandt der tieres gader ab dann könnt ihr das tatsächlich beim transmogrifikations händler dann verwenden so weit so einfach bestimmt sind jetzt noch ein paar fragen übrig geblieben denn es gibt hier noch mehr feature zum beispiel was ist denn wenn die bastion des zwielich zum beispiel mehrere schwierigkeitsstufen hat oder irgendein anderer raid ich nehme jetzt hier ornat des arkanen stürms was im nächsten patch kommt jetzt gibt es ja eben eine normale version eine heroische version und schlachzugs browser man hat dann hier die möglichkeit mit einem kleinen knopf hier zum beispiel sich anzugucken okay grün ist also elf er normal ist rosa heroisch ist dann das hier und am ende golden ist mythisch und genauso kann man das bei allen anderen sachen machen und wo es keine gibt ja da gab es eben keine sets damals zum beispiel geschmolzenen kern gab es halt nur ein set da gibt es also auch kein reiter hier auch nicht und das fängt dann irgendwann an da kann man so schön zurück gucken hier nax ramas da gab es dann im 10 25 unterschiedliche ausrüstung hier das noch 10 25 und irgendwann begann das dann langsam mit heroisch und mythisch das war dann später alles aber das könnt ihr euch dann alles so ansehen vom filter her ganz klar es gibt dann eben halt nochmal pvp pvp auch hier die alten sets wieder ihr könnt wieder sehen was ihr schon davon habt und was nicht konnte auch ein bisschen rein zum und das war das von der funktion dann eigentlich schon gewesen das ganze ist recht einfach aufgebaut aber nur ziemlich coole sache für alle die sammler sind von ausrüstungsgegenständen ich kann euch jetzt schon tipp geben wenn ihr nachher also anfangen wollt diese sets vollständig zu haben solltet ihr noch mal jeden raid mal mindestens einmal vorher besuchen und wirklich auch so andere teile wie so arm schien zum beispiel oder sowas mal mitzunehmen dann habt ihr es nachher schneller alles voll könnt ihr jetzt schon mit anfangen das wird nachher aus euren bekannten gegenständen einfach übernommen und dann automatisch hier eingefügt und damit wünsche ich euch viel spaß mit der neuesten mode in world of warcraft legion patch 7.2 hey hat dir das video gefallen dann lass einen like da abonniere uns und stell die kanalbenachrichtigung ein oder schau dir das hier an wenn du dann immer noch mehr möchtest jeden freitag und samstag sind wir live für dich im stream die uhrzeiten und den stream findest du unter der eingeblendeten adresse bis zum nächsten mal